Gemeinsam mit den Studierenden habe ich im Sommersemester Neuland betreten. Wir haben uns gefragt, ob und wenn ja, wie man rhetorische Kompetenzen auch asynchron, also alleine und zeitversetzt lehren und lernen kann. Da sind drei Lernmodule entstanden zu den Themen Feedback, Argumentation und Fragetechnik und Fragehaltung. Die Studierenden haben dazu völlig neue Formen der Vermittlung gefunden. Sie haben Podcasts, Reflexionen, Übungen, Inputs erstellt. Die Ergebnisse sind jetzt auf Ilias allen Interessierten der Universität Marburg, aber auch allen weiteren Interessierten zugänglich. Und das Motto unserer Toolbox ist rhetorische Kompetenzen, wann du willst asynchron lernen.